mein training ist beendet in diesem sinne moin moin und herzlich willkommen zu meinem neuen wöchentlichen vlog ja ich wollte euch eigentlich gerade einen starken start in die neue woche wünschen aber ihr seht das video ja wahrscheinlich wenn ich es rechtzeitig fertig kriege wieder auf einen sonntagnachmittag oder abend von daher wünsche ich euch einfach einen schönen restsonntag und ja ich bin mit der arbeit ganz normal in die woche gestartet habe dann feierabend gemacht und bin direkt gleich hier durch zum training dann habe ich das hinter mich gebracht und ist jetzt erledigt ja mit richtig schön wetter gar nicht zu vergleichen mit den anderen tagen ihr seht die sonne scheint und ja die zeit muss man nutzen oder vor allem das wetter und deshalb werde ich erstmal den rasen nähen ich habe den vor ungefähr knapp genau drei wochen ich kann es euch nicht mehr sagen ich müsste jetzt ins video reingucken wann ich das gedreht und hochgeladen habe veröffentlicht wurde es glaube ich zwei drei tage später das weiß ich auch nicht mehr so genau bei der anzahl der videos kommt man da schon mal durcheinander aber gute drei wochen ist es her und ja so sieht der rasen aus schaut mal der ist wirklich relativ schön grün geworden ich weiß nicht wie man sieht hier ist so ein bisschen gelblich noch drin man sagt ja auch so der organische dünger der braucht so zwei bis drei wochen er wirkt und ja wie man sehen kann ist es soweit aber der rasen ist jetzt ein bisschen länger geworden und jetzt muss er mal gemäht werden weil die anderen tage ging das immer nicht wenn er nass ist und wenn es geregnet hat ja dann kannst du das vergessen und deshalb wird das jetzt heute gleich gemacht und dann habe ich natürlich auch wieder fleißig kommentare gelesen aus meinem blog von der letzten woche den ich gestern abend hochgeladen habe auch da wieder erst mal vielen vielen dank für die netten kommentare von euch für das feedback alles was ich kriege viele von euch haben sich den video sogar komplett angeschaut obwohl er eine dreiviertel stunde ging ich dachte schon bei dem ersten der ging glaube ich so leicht über 30 minuten dachte ich schon oje das ist viel zu lang ist guckt sich wahrscheinlich gar keine ahnung aber ihr seid so verrückt und habt euch jetzt auch den 45 minütigen blog angeguckt ich versuche es natürlich ein bisschen kurzer zu halten ich möchte euch auch nicht ganz so viel zeit stehlen und ich versuche auch inhaltlich jetzt immer mal ein bisschen was mit rein zu bringen ja so ein paar tipps auch über den garten auch so aktuelle sachen einfach ansprechen so als reminder erinnerung etc das habe ich auch aus feedback mitgenommen bei den kommentaren dass ihr das ganz gern möchtet und das finde ich auch selber gut so bin ich von selbst nur leider nicht drauf gekommen aber dafür seid ihr ja da das ist immer gut ich bin wirklich für kritik feedback für verbesserungen alles immer gern zu haben und deshalb mache ich das dann auch gern und setzt auch gern für euch um ja ich muss jetzt erst mal einen kleinen hapen essen nach dem training und dann geht es auch gleich raus hier bei dem schicken wetter und dann wird der rasen gemäht ja ganz kleiner tipp noch am anfang bevor wir loslegen mit dem rasenmähen läuft am besten nicht erstmal kreuz und quer über die rasenfläche drüber man tritt nämlich sonst den rasen platt vor allem wenn er ein bisschen länger ist und an den stellen wo man dann immer überall rüber gelaufen ist da hat der rasenmäher stellenweise probleme den rasen richtig sauber abzumähen man hat dann kein schönes mähbild oder kein schön gemähten rasen das ganze sieht ungleichmäßig aus die rasenhalme brechen dann auch oder wenn es ein bisschen feucht ist werden auch einfach platt gedrückt werden den boden reingedrückt deshalb am besten wirklich nur direkt so hinter dem rasenmäher her laufen nicht jetzt auch zu sehen dass man irgendwo daneben tritt ihr könnt es sehen hier ist immer so ein kleiner trampelpfad wo ich lang gehe und da ist der rasen halt schon relativ platt ich drehe mich mal so mit der kamera hier zum beispiel ist alles platt getreten und hier halt nicht und das heißt hier kann man dann auch einfach besser abmähen ja dann legen wir mal los immer wieder wird die frage gestellt wie hoch soll man eigentlich den rasen abmähen ich mache es bei dreieinhalb zentimeter also so dreieinhalb bis viereinhalb das ist eine gute höhe bei manchen rasenmähern lässt sich das jetzt auch nicht so in 2,5 3,5 sondern dann sind es gerade zahlen dann sind es zwei drei vier zentimeter dann nehmt am besten einfach die vier zentimeter das ist eine gute höhe um den rasen abzumähen außer man möchte vertikotieren dann würde ich tatsächlich die niedrigste stufe einstellen und wenn das wetter jetzt so schön bleibt wie es ist dann kann man auch vertikotieren ob ich das jetzt aber dieses jahr mache weiß ich gar nicht weil ich jetzt auch mit dem pool loslegen will dann habe ich ja wahrlich genug arbeit vielleicht verzichte ich da dieses jahr einfach dann drauf oder machst dann halt einmal ja im herbst oder zum spätsommer hin muss ich schauen je nachdem wie die zeit ist aber ich gehe mal davon aus dass ich wahrscheinlich dieses jahr nicht machen aber halt auch vielleicht mal ein kleiner tipp mit dem rasenmäher weil das auch eine sehr häufig gestellte frage die ich bekomme und ich mähe halt mit dreieinhalb zentimetern ab hier habe ich die rasenfläche jetzt einmal komplett abgemäht ja wenn er kurz aus ist sieht er schon wieder ein bisschen gelblicher aus ich weiß nicht wie das hier in der kamera rüber kommt aber ja am ende muss man auch sagen mir ist das nicht ganz so wichtig dass der rasen jetzt extrem super gepflegt ist ein bisschen schön soll es aussehen aber ja ich bin jetzt hier nicht im bembley stadion von daher alles cool und der dünger fängt ja auch erst jetzt an zu wirken ich wollte mal mit euch hier an dem be home vorbei gucken ob jemand zu hause ist die letzten tage bevor es jetzt so kalt und eklig wurde war hier richtig treiben mit bienen dran und ja hier ist auch ein bisschen was los sind aber keine bienen schaut mal ihr könnt ihr das ein bisschen sehen ich versuche mal meine rüber da nicht in schatten zu halten aber eine biene habe ich jetzt noch nicht gesehen aber vor ein anderthalb wochen war hier richtig was los mit den bienen ja das be home selber sieht jetzt gar nicht mehr so schick aus muss man ehrlicherweise gestehen das hat jetzt ist jetzt ein jahr alt und ist doch schon relativ mitgenommen hier den witterung aber auch ausgesetzt gewesen wenn man vielleicht irgendwie so ein dach unterstand hätte jetzt nicht wie ich jetzt hier so direkt unter dem baum würde es vielleicht noch ein bisschen besser aussehen gucken wir mal hier zu den kartoffeln was die machen die hatte ich ja im letzten vlog eingepflanzt ich glaube donnerstag war das oder so ich weiß es nicht mehr genau hier sind sie jetzt ein bisschen schatten ja hier keimt die kartoffel jetzt schon wieder ein bisschen hoch aber das reicht noch nicht um jetzt wieder die erde aufzuschütten einer hat auch glaube ich reingeschrieben er hätte denn einmal komplett voll gemacht ist auch richtig das kommt auch nur nach und nach je höher die kartoffel pflanze an sich wächst umso mehr schichte ich dann immer auf bis wir halt hier oben dann irgendwann angekommen sind also ein bisschen resterde habe ich hier noch liegen die wird dann halt auch verwendet so eine rasenfläche muss jetzt noch gemäht werden die ist aber schon im schatten da zieht mir das t shirt auf jeden fall wieder über aber so ein bisschen vitamin d wollte ich noch mal tanken kann man schon mal so ein bisschen vorbereiten für den sommer und ja da hinten an der anderen rasenfläche mich jetzt noch ab und dann werde ich auch feierabend machen dann reicht es hin für heute ja damit ich mich am montag jetzt doch noch mal weil ich hier gerade eben noch mal in dem kleinen bienhäuschen war und wie ihr sehen könnt ist hier ein wildes treiben also die bienen sind wieder da sind nicht abgehauen die kleinen mauerbienchen da kommt auch gerade noch eine raus also hier ist richtig ein wildes treiben und bei dem schönen wetter machen wir natürlich noch eine kleine gönnung da haben wir uns den grill noch mal angeschmissen und jetzt wird noch mal schön gegrillt aber ein bisschen dauert es noch so dann bin ich aber auch wirklich raus dann seht ihr mich erst morgen wieder bis morgen dann nächster tag heute ist dienstag hier und bevor sie mich dann gleich zur arbeit geht mache ich jetzt hier noch ein bisschen im garten es ist trocken es ist zwar kalt aber das ist ganz angenehm und ich mache das kleine beet hier jetzt sauber holt ganze unkraut raus das war wirklich sehr sehr voll und hier habe ich zeige ich euch kurz vielleicht kennt ihr das auch schon aus dem video safran angebaut hier könnt ihr noch die reste jetzt sehen das bleibt so bis mai juni noch dann wird es immer gelber vertrocknet und die nährstoffe hier aus den restlichen grünen ziehen sich dann zurück in die zwiebeln und dann ist das beet im prinzip frei dass ich hier andere sachen aufpflanzen kann zum beispiel paprika oder bohnen und wenn ich die dann abgeerntet habe dann kommen auch unsere kokos also unser safran dann wieder und den kann ich dann so im oktober november rum auch ernten also es bietet mir die möglichkeit hier zweimal im jahr was anzubauen dieses kleine beet und bevor ich natürlich dann irgendwie paprika reinpflanze gebe ich hier noch mal ein bisschen kompost mit rein zur düngung auch das ordentlich nährstoffe drin sind und wenn ich die paprika dann raus ziehe weil abgeerntet dann würde ich auch noch mal ein bisschen kompost als dünger hier rein geben und so geht das dann problemlos dass man das ja doppelt benutzt sozusagen was mich gerade so ein bisschen wundert und was ich hier sehe schaut mal hier auf der seite sieht das irgendwie so aus als wäre der ganze safran also das blatt grün irgendwie abgefressen oder abgeschnitten worden oder als welche mit dem rasenmäher drüber gefahren und hier sind sie noch komplett lang ich bin hier natürlich nicht mit dem rasenmäher rüber gefahren habe es auch nicht abgeschnitten es ist scheinbar tatsächlich so als wenn das irgendwie ja vielleicht von nagetieren oder so abgefressen wurde ich weiß es nicht auf jeden fall ist halt der kontrast halt sehr auffällig ja hier bin ich eigentlich schon so gut wie fertig kann man sehen ein bisschen was habe ich rausgeholt ich werde das jetzt noch einmal durchhaken und dann muss ich noch ein video drehen da geht es um kompostwasser ich weiß auch nicht ob ich das jetzt heute noch mache oder morgen oder vielleicht auch übermorgen das kann ich euch noch nicht sagen werdet ihr dann aber auf jeden fall auch hier auf dem kanal sehen und dann geht es auch für mich zur arbeit das einzige was ich auf jeden fall jetzt noch drehe ist das video hier für die klamotten das produktvideo das muss ich noch machen und dazu ist jetzt auch ideal das wetter ist das windstill und damit würde ich jetzt gleich als nächstes loslegen zeige ich aber hier in dem video auch nicht weil das denke ich nicht so interessant ist aber ihr könnt das video dann auch auf meinem youtube kanal hier natürlich sehen als nächstes sehen wir uns dann glaube ich gleich auf dem fahrrad wieder so auf dem weg zur arbeit natürlich mit dem fahrrad ich habe so gute zehn kilometer eine strecke macht also hin und zurück 20 kilometer ja könnte ich auch mit dem auto fahren ist bestimmt bequemer aber wenn wir das dagegen rechnen was habe ich denn bei zehn kilometer strecke hin überhaupt an zeitverlust in meinem speziellen fall gar nichts weil ihr seht ich fahre hier durch die natur das ist nicht nur einfach geil ich habe auch keinen verkehr ich habe keine ampel und da spare ich auf jeden fall schon mal jede menge zeit so dass ich mit dem fahrrad tatsächlich fast genauso schnell bin wie mit dem auto vielleicht verliere ich mal zwei oder drei minuten aber wenn mal stau ist oder so dann hole ich das auf jeden fall wieder raus und ich tue was für meine gesundheit für meine fitness auf zehn kilometer fahrradstrecke verbraucht man so ja je nachdem auch wie es windig ist zwischen 180 und ich sag mal 230 kalorien bei zehn kilometer wohlgemerkt hin und zurück sind wir dann sag ich mal bei guten 400 kalorien das ist fast zur tafel schokolade und wenn wir davon ausgehen dass unser auto vielleicht knapp zwei liter benzin verbraucht hätte bei den derzeitigen spritpreisen sind das auch nochmal vier euro die man da einfach an geld spart und deshalb gibt es für mich gar keine alternative außer hier mit dem fahrrad zur arbeit zu fahren auch wenn es gerade anstrengend ist zu reden und hier bergauf zu strampeln wir machen spaß und ja schreibt mal in die kommentare wie seid ihr unterwegs fahrt ihr auch mit dem fahrrad ja mit dem auto oder vielleicht bus und bahn bei mir ist es halt auf jeden fall das fahrrad so ja gerade vor zehn sekunden angekommen und gleich das handy angemacht hier könnt ihr mal die strecke sehen etwas mehr als zehn kilometer und ich habe 25 minuten gebraucht das ist denke ich ganz gut das soll man erstmal mit dem auto nachmachen vor allem im stadtverkehr zwei ampeln habe ich natürlich auch mit dem fahrrad trotzdem mitgenommen wenn ich reinkomme zur arbeit in die stadt dann ist es halt so dass das auch verkehr ist ein bisschen und ampeln ist da muss ich natürlich rücksicht drauf nehmen aber ich denke mal ich bin jetzt nicht ganz im training ich könnte bestimmt noch eine minute oder zwei raus fahren auf der strecke das sollte möglich sein ich hatte jetzt auch ein bisschen Glück es war nicht ganz so windig aber ja das ist der grund warum ich mit dem fahrrad fahre jetzt wird es ein bisschen dunkel mache jetzt nicht das Licht an natürlich hat man nach hause immer noch eine andere Motivation dann möchte man Feierabend machen wenn ich morgens ins Büro fahre dann gebe ich auch nicht so ein Hackengas ich möchte jetzt auch nicht so durchgeschwitzt ankommen nach hause ist es aber egal man kann nicht duschen und vor allem habe ich jetzt die Motivation dass ich meinen Sohn ins Bett legen möchte und da habe ich natürlich nochmal extra ein bisschen mehr Gas gegeben also das war's für heute wir sehen uns morgen wieder das ist der nächste Tag wir haben Mittwoch ja ich bin hier am Video drehen ich habe jetzt trainiert und nutze noch die Pause bevor es gleich noch auf einen Termin für die Arbeit geht und drehe zwischendurch das Video ich stelle Kompostwasser her das ist ein Flüssigdünger der sehr gut ist für Nutzgarten aber auch im Ziergarten zum Beispiel Rosen die lieben Kompostwasser weil seine Rosen damit düngt im Frühjahr ja da kriegt richtig schön eine richtig schöne Blüte die Rosen explodieren anförmlich aber für Tomaten, Zucchini, Gurken etc. Paprika ist das auch ein richtig toller Dünger ich habe sonst all die Jahre mal Brennnesseljauche genommen ich werde das vielleicht dieses Jahr auch wieder machen möchte aber auch den Kompostdünger mal ausprobieren und ja wie ihr sehen könnt sehe ich gerade dabei auch noch das Video und das kriegt ihr dann natürlich demnächst hier auf meinem YouTube-Kanal zu sehen ich habe das Ganze schon angesetzt das ist jetzt auch schon gut durchgezogen hier und wird jetzt hier einmal abgefiltert dann durch den Eimer und dann kann ich mir das entweder in einem anderen Behälter reinkippen und dort noch lagern oder halt direkt dann in die Gießkanne rein und ja jetzt vielleicht schon die Rosen mit düngen Tomaten oder Zucchini, Paprika etc. habe ich noch nicht ausgepflanzt ihr wisst ja wir sind jetzt noch Mitte April das ist ja viel zu früh also damit kann ich es noch nicht düngen das Gute hier bei dem Dünger im Gegensatz zur Brennnesseljauche die ja immer ein paar Tage länger stehen muss ihr habt da innerhalb von 24 Stunden einfach einen Dünger den ihr verwenden könnt und das Ganze ist sogar noch kostenlos und ja von daher ist es eine perfekte Alternative ich kaufe ohnehin ungern Dünger auch ja ungern jetzt einen organischen Bio Dünger oder so wenn dann ohnehin nur den für den Garten oder auch für den Nutzgarten auf jeden Fall da würde ich jetzt auf mineralische Dünger verzichten aber am besten finde ich immer noch selber gemacht und ja Dünger wird ja auch leider einmal teurer und so ist es ganz gut wenn man da richtig gute kostenlose Alternative hat Nächster Tag heute ist Donnerstag und ja ich mache mir die Finger wieder dreckig bin wieder draußen im Garten nach Feierabend und ja ich bereite hier das Frühbeet ein bisschen vor ihr könnt sehen etwas habe ich hier schon gemacht und ja es ist ordentlich voll mit Unkraut bald ist nämlich der Salat soweit den ich angebaut habe der Eisbergsalat dass er raus kann ich hätte vielleicht auch schon früher mit loslegen können habe aber einfach ihn nicht rechtzeitig vorgezogen und den möchte ich ganz gern hier in dem Frühbeet anbauen das ist eigentlich immer so mein Salatbeet das mache ich jedes Jahr so und ja erstmal muss es natürlich hier einmal richtig schön sauber gemacht werden das ganze Unkraut muss raus und dann kann in den nächsten Tagen der Salat hier dann auch einziehen das Beet ist jetzt einmal fertig und sauber das ist nur noch so ein Blatt hätte auch liegen bleiben können ich habe ja noch ein bisschen von dem Kompostwasser beziehungsweise von dem was ich hier mit dem Tuch aufgefangen hatte hier reingegeben und verteilt da sind ja immer noch genug Nährstoffe drin und jetzt lasse ich das so ein paar Tage sich hier noch setzen und ja stehen einfach und dann zieht mein Eisbergsalat hier ein ich mache hier den Deckel wieder gut zu dann kommt ja auch nichts mehr rein so ein Frühbeet ist ohnehin immer ganz gut für Salat wie ich finde weil ich kann halt den Deckel drauf machen solange die Pflanzen noch klein sind habe dann auch kaum Probleme oder keine Probleme mit Schnecken ohnehin habe ich mit Schnecken nie Probleme dazu habe ich auch schon mal zwei oder drei oder ich glaube sogar vier Videos gemacht ich mache das mit Kaffeesatz meistens weil ich den hier immer großzügig seit Jahren schon seit über zehn Jahren im Garten verteile habe ich scheinbar einfach keine Probleme damit wenn man das ein oder zwei Jahre macht wenn man starke Probleme mit Schnecken hat dann wird man natürlich nicht sofort eine Lösung haben und die Schnecken loswerden aber wenn ihr das über Jahre macht dann ist es bei mir jedenfalls so dass ich keine Probleme habe und hier mit dem Frühbeet bin ich ohnehin so ein bisschen geschützt da kann ich erstmal einen Deckel drauf machen dann kann da nichts passieren klar wenn nachher der Salat zu groß wird geht der Deckel auch ab aber ja ich habe ohnehin erstmal wie gesagt keine Probleme mit den Schnecken ja am Frühbeet ist auch immer ganz gut weil es natürlich dann zum Frühjahr auch immer noch etwas wärmer da drin ist wenn jetzt hier die Sonne gleich rumkommt und drauf scheint dann erhitzt sich das Ganze weil das alles so ein bisschen eingepackt ist und ein Deckel drauf ist bleibt das dann auch länger warm soweit ja das war es jetzt erstmal im Garten räume jetzt hier noch so ein bisschen auf und dann schauen wir mal weiter heute haben wir Freitag Karfreitag ja und ich stand ja am Montag hier und hatte überlegt wie ich euch begrüße ich hätte euch natürlich frohe Ostern wünschen können denn das Video soll ja an einem Sonntag rauskommen so ist es zumindest geplant ja also an der Stelle falls ihr noch guckt und das Video auf dem Sonntag seht oder vielleicht auch am Montag das ist ja auch noch Ostern wünsche ich euch natürlich frohe Ostern ja für mich am Karfreitag liegt jetzt erstmal das Training an wir haben es Freitag relativ früh noch wir haben es jetzt um die 7 Uhr ich glaube kurz vor 7 müsste ich lügen genau so ist es und ja da geht es los mit dem Training und dann werde ich nachher noch versuchen wenn das Wetter auch hält das Hochbeet das letzte verbleibende aufzubauen darüber möchte ich ja dann auch noch ein Video machen dass ich das hochladen kann dann habt ihr sozusagen wenn ihr euch mal ein ähnliches Hochbeet oder vielleicht auch das gleiche kauft eine Videoanleitung wie das Hochbeet aufzubauen geht dann braucht ihr das nicht ja mit der Papieranleitung zu machen ich finde es immer einfacher wenn man es früher schon mal gesehen hat dann kann man sich auch vorher schon mal angucken bevor man es vielleicht geliefert kriegt oder ob man es überhaupt haben will man sieht es ja dann auch in echt hier könnt ihr sie nochmal sehen die drei Hochbeete stehen jetzt noch nicht ganz gerade von der Seite geht es schon so ein bisschen aber wenn wir hier mal gucken dann sieht das alles noch ein bisschen krumm und schief aus Hintergrund ist weil hier der Boden natürlich nicht gerade ist ihr könnt auch sehen hier läuft noch so eine Beetumrandung da stehen die halb drauf die geht dann hier noch so rund und kommt da hinten wieder zurück aber wir werden ja genug Erde haben die wir jetzt hier dann wieder aufschmeißen können und den Boden dann gerade machen können und dann sollten auch nachher hier die Hochbeete gerade stehen sodass das jetzt hier sage ich mal nicht kippelt ich hatte jetzt hier ja auch noch so einen Stock mal drunter gelegt einfach nur mal um zu sehen wie es aussieht aber ja der Boden ist halt alles andere als gerade aus dem Grund steht natürlich das Hochbeet dann auch schief aber das sollte hinterher dann nicht mehr der Fall sein und ja so sieht es aus das ist der Plan für heute für den Karfreitag und ich werde jetzt erstmal mit dem Training starten ich bin jetzt gerade dabei das letzte Hochbeet aufzubauen was dann hier hingestellt wird und ja ich habe gerade eine Kaffeepause gemacht und da habe ich einen interessanten Kommentar bekommen mit einer Frage da war die Frage warum ist Ostern eigentlich immer auf einen anderen Tag Weihnachten zum Beispiel oder Heiligabend ist ja immer der 24.12. warum ist Ostern mal früher und mal später und da habe ich spontan sogar eine Antwort drauf weil als ich letztes Jahr meine Urlaubsplanung gemacht habe und mir zu Ostern also nach Ostern Urlaub nehmen wollte da dachte ich auch na nun letztes Jahr war Ostern aber früher wieso ist denn das eigentlich so und dann habe ich das ganze Thema mal gegoogelt und bin auf folgendes gestoßen der früheste Ostertermin kann der 22. März sein und der späteste der 25. April also über einen Monat und Ostern wird aber nicht nach dem Kalender den wir kennen nach dem Gregorianischen Kalender der auf dem Julianischen Kalender basiert oder halt im 16. Jahrhundert war das es ist ein bisschen her als ich es gelesen habe also wenn ich verkehrt liege berichte ich mich aber im 16. Jahrhundert wurde der Julianische auf dem Gregorianischen Kalender geändert aber Ostern wird nach dem Mondkalender gefeiert und Ostern ist immer nach dem oder es muss erstmal der erste Vollmond kommen im Frühling und der erste Sonntag danach das ist dann Ostern und da wird Ostern gefeiert und ja das ist historisch so gewesen übernommen worden und das leben wir bis heute und ja das war eine interessante Frage die ich bekommen habe ich werde das in den Kommentaren auch noch beantworten oder ich glaube ich mache es viel besser weil wir gerade Ostern haben drehe ich einfach nochmal spontan ganz schnell ein Video wo ich das erkläre vielleicht google ich es auch nochmal nach ob ich jetzt vielleicht auch ja nicht dass ich mich gerade Mist erzählt habe ja fand ich auf jeden Fall sehr sehr interessant die Frage und kam mir dann so im Sinn dass ich mir da letztes Jahr so ja im Oktober rum waren wir Urlaubsplanung oder mehr als September war es glaube ich schon wir machen das immer relativ früh auf der Arbeit dass ich mir die Frage da auch gestellt habe ja wie ihr sehen könnt ist das Hochbeet jetzt schon fast fertig ich muss nur noch die Abdeckung oder die Verschalung da die ja Bretter an der Seite festmachen dann die Umrandung und dann noch die Folie rein und dann war es das auch für heute dann mache ich auch Feierabend und ja morgen geht es dann wieder ab ins Stadion und diesmal ein bisschen besonderer aber dazu ja sage ich euch vielleicht morgen also dann in dem Video gleich in ein paar Sekunden mehr dazu das Wochenende hatte ich mir ja ganz anders vorgestellt als es jetzt gekommen ist es endet ja tatsächlich richtig blöd für mich gestern seit Samstag deshalb haben wir den hier auch komplett übersprungen im Vlog habe ich Magen-Darm-Infekt und heute auf dem Sonntag geht es mir auch nicht viel besser und ja weil einfach nichts mehr passieren wird außer dass ich im Bett liege und ein bisschen Fernsehen gucke oder Netflixe werde ich jetzt hier das Video für euch noch am Laptop einmal zurechtschneiden hochladen und ja dann hoffe ich dass es mir morgen auf Montag besser geht dann mache ich die Kamera natürlich wieder an wenn nicht würde ich es halt einfach wieder erstmal an den Tagen dann anmachen ja wenn ich wieder ganz auf dem Damm bin mal schauen ich habe ja einiges noch vor was ich zu erledigen habe das letzte Hochbeet ist jetzt aufgebaut und ja jetzt gibt es eigentlich keine Ausreden mehr jetzt kann gebuddelt werden aber dazu muss ich halt erstmal wieder fit sein jetzt so gerade aktuell wie es mir jetzt geht macht das einfach keinen Sinn ja das war mein Wochen Vlog ein bisschen kürzer dann wahrscheinlich als der letzte mal sehen ich werde es gleich sehen wenn ich das zusammenschneide und ja wenn ich wieder fit bin lege ich natürlich für die neue Woche wieder los wenn euch das Video trotzdem gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da und wer es noch nicht hat kann gerne meinen YouTube Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder bis dahin bis zu den nächsten type hücci nit